Norddeutscher Rundfunk 2021 Was dieses Jahr schön ist im Weihnachtspaket? Das will ich jetzt zeigen, Felix. Zeig mal her. Da haben wir einmal das Löwen-Pekko hier. Dann darf in den kalten Tagen natürlich der Schal nicht fehlen. Und was ist das hier, Nico? Ja, das ist unsere Löwen-Flap-Bag. Für modisch bewusste Männer wie dich natürlich, aber auch für die Frauen. Die ist auch dabei. Für die Kids ist natürlich auch was dabei. Das T-Shirt mit dem Trapper. Das kommt auch da rein. Dann haben wir hier noch den Löwen-Schlüsselanhänger. Und was haben wir hier noch? Ja, das ist das Löwen-Aufkleber-Set. Und was kann ich damit machen? Kannst du dir zu Hause kleben oder dich auf der Auswärtsfahrt verewigen. Mensch, Nico, da sind ja viele tolle Sachen drin im Weihnachtspaket. Ja, absolut. Und weißt du, was das Beste ist? Ab dem 1. Dezember gibt's das Paket für 114,95 Euro statt 155 Euro. Wow, super Deal. Dann bring ich's gleich mal hoch zum Fanatike-Stand. Danke, Nico. Kein Ding, Felix. Mach's gut, ne? Ciao. Ciao.